Es ist unfassbar, dass die Schlitzarbeiten uns genauso wenig auseinanderhalten können, wie wir sehen. Sie denken nicht, dass wir schon weit weg sind? Okay, Mann, wo ist meine Säule? Schau hinter mich. Ich hoffe, dass ein Heeler in Thailand hält, was er verspricht. Don't be worried. Fuck, Mann! Verdammt, diese Schlitzarbeiten sind doch schneller als man denkt. Verdammt, was machen wir jetzt? Wir müssen hier in der Karte gehen und gehen wir in Thailand. Was? Das ist ein robischer Engenwald. Vielleicht ist es nur ein Weg, dass ich alleine gehen werde. Es ist einfacher, als zu trinken. Herzlichen Glückwunsch!